Ja, grüß dich zusammen und wir kommen zu einem neuen Bad Develop 2. Ja, äh, ja, in diesem Part, neues Level, Bleich-TV-Fabrik. Eine düstere, einfarbige Mühle, in der Bleich-TVs hergestellt und in die ganze Welt verschickt werden. Hallöchen. Dann fangen wir mal an. Oh, 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 oh. Oh, no. Oh, no. Ich habe mein Mikrofon gemutet, also nicht mehr. Hört ja nichts. So, also. In dieser Fabrik stellen Sie die Bleichtvs her. Es gibt drei Eingänge laut unseres Spions. Könnte sein, dass sie dich wiedererkennen. Äh, ja. So, wir schauen mal rein. Okay, sieht schon mal gut aus. Nein, sieht schlecht aus. Aber sieht schon mal ganz, ja. Ja, gut aus. Wenn wir nicht entdeckt werden wollen, können wir nicht dichter als jetzt an die Bleichtv-Fabrik ran. Okay. Wir müssen einen Weg finden, wie wir hineinkommen. Die einheimischen Arbeiter sind die beste Möglichkeit. Viel Glück. Ja, denke ich auch mal, ne. Und der Slash-Fabrik hier unterwegs. Da, 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 jupa. Können wir gleich ein bisschen rummalen. So, nach Lust und Laune. Wow. Das war daten. So, so, so. Machen wir gleich den ganzen Block hier an. So. Graulinge gleich freigelassen. Und die holen uns gleich. 125 nur. So. Dann, äh, ja. Gehen wir mal hier drauf. So. Schalt diese Inklautsprecher-Türme aus, bevor sie noch einen Arbeitsaufruf ausspucken können. Mal die Schlaf-Schlaf-Ramme rot und orange an, um die Arbeiter herauszulassen. Dann kann uns vielleicht jemand sagen, wie wir reinkommen. Okay, gut. Da hat er dir doch früher sagen können, dass das hier rot muss. Oh, ihr Penner. Wenn ihr euch da rüberkommt. Biddy. Hey. Okay, vielleicht so. Ich versuche es jetzt mal auf die ganz coole Art und Weise. Was uns eh nicht schon weiterbringen wird. Coole Sache. Oh, Mann. Wie sollen wir dann da rüberkommen durch die Kürze, oder wie? Äh, Fristin. Wir machen das erstmal hier rot. BÄM. Hehehe. Ja, Penner. So. Dann wollen wir jetzt noch kurz Farbe. Nochmal Farbe. Dann. Wie sollen wir das machen hier? So, würde ich sagen. Pfeifen da kurz rüber. Ja. So. Wow, ein Knopf. Wow. Was? Ich habe gar nicht berührt. Ey. Bitch. Ey. Abujoke. Hier ist was. Okay. Ich gehe dann mal da rüber. Dann malen wir mal die Gebäude an. Und zwar orange. Und machen wir das noch. Das Ding hier noch kaputt. Oh mein Gott. So, eins noch. Können die ganzen anderen Gebäude auch schon anmalen. Wo ein Baum. Piss dich. Diese herzlichen. Dinger wieder. Äh. Fernseher. Kann man die auch kaputt machen? Ja. Ich denke mal, das hat ja. Oder unten. Ah, da okay. So. Und nun befreit die Grauling. Äh. Fabrik Sklaven. Aus ihren schrecklichen Anzügen. Klatschastisch. Yeah, Baby. Okay. Danke, dass du uns rausgelassen hast. Du bist ein wahrer Held. Viele unserer Kameraden leiden immer noch in der Bleich-TV-Fabrik. Bitte rette auch sie. Für dich ist der beste Weg hinein, der durch den Fabrikversorgungsschacht. Komm später wieder. Ich kann dir auch noch andere Wege zeigen, um hineinzukommen. Oh Gott. Das riecht schon wieder böse, ey. Meine Frise. So. Sieht so aus, als wären am Eingang zur Bleich-TV-Fabrik ein paar Elite-Agenten stationiert. Kümmer dich um sie, damit wir hinein können. Okay, klar. Blau. Sieh das an. Diese Elite-Agenten können die Farbe weg... Oh Gott. Mal, du bist die gleiche Farbe wie sie hast, bevor du ihnen eine verpasst. Kann die auch orange haben? Ne. Okay. Fuck you. Davor hole ich mir aber noch kurz eine Rot und ich will da kurz das mit dem Magnetfeld machen. So. So. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Äh, cool. Sehr cool. Und das ist noch ein Muster, würde ich sagen. Juhu. Eins von zehn. Erlässt. Oh. Oh. Bitter. Ich gehe nochmal hoch. Bam. So. So. Und dann zieht hoch. Ähm. Genau, die wollte ich mir auch noch holen. Und so, und so, und so. Und da hoch. Und da rüber. Yeah, baby. Cool. Habe ich noch gleich Arbeiter-Grawlinge freigelassen. Oder will ich rüber? Nein, da wollte ich rüber. Egal. Wayne. Sag ich das jetzt einfach mal. So, ich weiß, dass er Geld hat. Das müsste das nächste sein. Nein, blow. Jetzt kommt es. Jetzt kommt aber Geld. Nein! Verdammte Kacke, ey. So, wir sind unglücklich. Bam. So. Aufgepasst. Da sind noch mehr. Oh nein, wie ist das? Ziel dahin, wo es wehtut, glaube ich. Mitten in die Säge. Bam. War richtig erwischt. Oh, wow. Das war zu früh. Komm, Digga. Bam, so. Ich sag dir zu jetzt mal nichts. Eine Transformationsmaschine, sag ich. Das ist doch schön. Kurbel die Transformationsmaschine an. Wir gehen rein. Erst mal Time-Buni holen und... Bam. Hau rein, Digga. Gut, aber du hast den Weg in die Fabrik frei gemacht. Okay, sehr schön. Nur das Problem ist... Ey. Problem. Wir haben eine Farbe. Und ich will irgendwie Inspiration haben. Und wie soll ich da hinkommen? Wow. Gleich noch Groni gefregen lassen. Das nenne ich doch einen Job. Wow, da können wir auch rennen. Fert habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Mal schauen, was hier denn ist. Oh, geil. Auf jeden Fall ein Muster. Und das ist sehr schön. Okay, irgendwie müssen wir da hochkommen. Vielleicht so. Ja. Ich denke, das wäre... sinnvoll. Ah, das ist noch eine Karte. Irgendwo ist bestimmt noch Inspiration oder so. Nicht? Okay. Von mir aus. Wow. Ah! So. Ha, klick ja. Dann gucken wir wieder raus. Und wir kommen natürlich wieder an der selben Stelle raus. Wie unlogisch. Aber ich will die... Wow, das ist auf jeden Fall mal Inspiration auf den See. Auf der See. Auf der See. Wow, cool. Oh, schlimm. Äh, 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 äh. Bäm. So, jetzt machst du aber das, was ich will, ne? Ah, du machst das, was ich will. Du gefällst mir. So, 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 so. Nur, wie soll ich da jetzt hochkommen? Das ist ja eigentlich so, wie es... Oh, mir jetzt bleibt. Vielleicht mal so einen ganz coolen Wallrun. Was ich aber, glaube ich, nicht schaffen werde. Oh, der war Keil, Mann. Oh, fett. Das ist aber echt zugeben, der war jetzt echt klatschtastisch. Was immer das bedeuten soll. Ich glaube... Oh, fuck. Wir haben es hier vollumständig gemacht, oder? Oh, meine Fresse. Hey, da geht es noch weiter hoch. Ey, 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 Digga. Cool. Anmal. Bäm. Nein, warum springst du, Horst? Ach, komm. Machst halt umständlich. Komm, das färben wir jetzt noch. Äh, äh, äh. Oh. Blopf. Du bringst mich noch um. So, ich glaube, Station. Das muss man hochchippen. Bäm, 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 bäm. Leute befreund. So. Bäm. Jetzt ist hier schön eine Inspiration. Und ein Muster. Schön, schön, schön. Boah, da ist ja ganz viel Zeug hier. So, dann ist jetzt alles noch. Hä, da habe ich noch was gesehen. Noch Inspiration? Ah. Und ein Erbeplakat. Das muss natürlich auch weg. Und so. Oh, hier gibt es noch so ganz viel Zeug, ey. Schön. Oh, ich liebe es. Sachen finden. Und gleich zwei Inspirationen verteilt. Und ein Baum. Bronze schon. Oh Gott, wie schnell geht das hier? So, und. Oh. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen unschlau. Nee, 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 nee. Wie kommen Sie also so hören? So. Ha, nee, nee, nee. Ich bin nicht böse. Ich bin böse. Ich bin böse. Das ist auch noch Muster. Sehr schön. Das gefällt mir jetzt echt. Zu gut, würde ich mal. Ich darf behaupten. Und den Baum meilen wir auch noch an. Damit jeder glücklich ist. Haben wir schon alles hier? Ich sage, du tust einfach mal ja. Weil ich denke, wir haben da oben auch alles geholt. Wir schauen kurz mal, was wir uns noch kaufen können. Wir haben 35. Okay. Dann kaufen wir uns mal dat. So, die haben wir schon mal fertig, die drei hier. Haben wir schon noch, ey, 150. Und dann haben wir jetzt ja, also 90. Äh, 80 brauchen wir noch. So, Daten werden gespeichert. Gut, Leute. Dann beende ich mal den Part hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Also, tschau.